Wenn Quallen per Anhalter reisen, dann kann es vorkommen, dass in deinem Aquarium auf einmal kleine Würfelquallen auftauchen. Genau das ist nämlich Travis vom Jellyfish Warehouse passiert. Ehe er sich versah, hatte er lauter kleine Würfelquallenbabys in seinem Aquarium schwimmen. Man kann nicht mit absoluter Sicherheit zurückverfolgen, wo sie jetzt herkommen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie sich als Polyp einfach an eine Koralle gehaftet haben, welche Travis gekauft und bei sich einziehen lassen hat. Um welche Art genau es sich handelt, kann man in der Größe noch nicht sagen. Da muss man sie noch ein bisschen großziehen. Würdest du ihnen eine Chance geben?